Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Atelier Reiser 3. Äh, Weasel Roast, Lamb Roast und Devil Roast has been added. Und New Conant was added as Special Photo Mode. Und man kann neue Photo Frames irgendwie machen, keine Ahnung, interessiert auch keine so. Return to Quirkin Port. Wir sind auf jeden Fall wieder, okay, heil, oder? Egal, wir gehen jetzt zum Beispiel zum Quirkin Port. Hier, Sion. So, ich bin ein ganzes Inak-Bakka-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch-Tabisch. Schauen wir mal, wie das dann mit den Schlüssel laufen wird und alles. Ich bin gespannt, ob noch wer kommt. Achso, wir sind ja wieder zurück. Warte, bist der Booster. Ich dachte, es ist ein sehr schreckliche Stimme, oder? Es ist ein sehr schreckliches Stimme, und es ist ein sehr schreckliches Stimme, und es ist nicht sicher, dass es nichts passieren kann. Ja, aber ich weiß nicht, dass ich diese Stimme nicht mehr wissen muss. Ich weiß nicht, dass ich die Klinik-Szen nicht verstehe, aber... Ist das Klinik wirklich gut? Ich habe die Klinik-Szen gelegt, und habe ich mich überlegt, dass ich das Klinik-Szen habe. Ich denke, dass ich mich nicht mehr so gut verstehe. Ich denke, dass ich das Klinik-Szen habe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so interessieren. Ich weiß, dass ich das nicht verstehe. Aber ich weiß, dass ich nicht in dieser Klinik stehe. Ich weiß, dass ich das auch verstehe. Ich weiß, dass ich das nicht verstehe. Wenn ich so, dann kann ich auch die Riefer und die Riefer sein, dann kann ich das nicht. Ich werde jetzt die Riefer nicht wegnehmen. Ich werde es schnell gehen. Ich werde es nicht so, dass ich die Riefer nicht in der Zeitung. Oh, ist das hier? Das ist Moritz, was ich. Ich bin mir immer bereit. Elipsco ist ein bisschen zu erweitert, und es ist sehr leicht zu erweitert. Das ist Moritz, die sich gut an. Ja, das ist gut. Ich habe gesagt, dass du dich verletzt hast. Ja, das ist gut. Ich habe auch vieles zu tun, und werde ich nach Hause gehen. Rest in Ryza's Room. So, äh. Da hab ich zu faul zum laufen bin. Ah, da hinten ist es. So ist ja das alles entdeckt. Das ist die Brunnenresidenz, ne? Da ist der Weg nun da in die, in diese Katakomben. Was ist denn da? Homestack-Cape. Okay. Äh, morin. Die schlägt mit dem Handschuh an. War irgendwas mit dem Handschuh, was ich nicht bewusst hab? Oh. Ah. Ah. Oh. 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 Egal. Wo war'n das? Oh, naja. Ah, sehr gut. An den richtigen Ohren. Wie sch tau, dass der Rock so ausschaut, wie wenn grad den Wind reinbläst. Wobei, früher glaubste das, glaub ich, auch mit dem Draht. Oder, na? Dass sie da irgendwie so ein Gestell hatten für ihre Röcke. Das ist zur Hölle wie Arschig, muss es sein, so rumzulaufen. Hallo! Herzlich willkommen, Rizaline Schutaut-Sama. Ich bin in der Rössetz-Stelle. Hallo, Rizal. Wie ist es, oder? M-Maa, ne. Ich bin in der Rössetz-Stelle. Ich bin in der Rössetz-Stelle. Ich bin in der Rössetz-Stelle. Die Küsschen sind noch nicht ab. Oh, Claudia. Ich bin nur noch ein paar Tage, weil ich alle wiederholten. Ich bin eigentlich so, was es. Ja, aber ich habe ein Buch von der Ampelle. Oh, wirklich? Das ist so, was man? Also, was man? Was ist das? Wie ist das? Warum kommen die Informationen über die Rüge? Das ist nur das? Ja, ich habe mich schon beschäftigt, und ich bin so sehr, dass ich mich nicht hierheraue. Ich bin ein Mensch, dass ich mich nicht überrascht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe ein paar Worte geholfen, aber ich glaube, dass ich das informe habe. Worte? Ich glaube, dass ich das Ergebnis habe, dann erzähle ich es. Ich glaube, dass ich das Gefühl habe. Hm? Dann gehen wir weiter mit dem Worte des Worte. Erstens, aus dem ich den Worte des Worte des Worte. Warum ist das so? Wir haben auch noch zu sprechen. Ich bin auch... Ich bin auch... ein bisschen興趣. Hey, hey. Warte, der war noch nicht zuhause. Warte. Sie sind weggekommen, ich bin zurückgekommen. Warum? Ich kann es noch nie essen, oder? Was ist das, was ich schon gerade? Was du mit dem anderen Tiefen oder? Was bitte mit az Vergnügen? Nichts? Das ist so. Ich glaube. Ich bin hier in der Nähe, also ich bin hier in der Nähe. Ich bin hier in der Nähe, also ich bin hier nicht zurückgegangen. So, was ich? Ich bin hier gut. Ich bin hier in der Nähe. Lent? Ich bin hier nicht so. Und was ich hier? Wie machen wir das? Äh... Oh... Ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Okay, dann geht's. Oh, ja. Ähm... Warte mal. So. So. Und wieder zurück. Es ist bisschen viel hin und her gerade, ne? Aber... Ja, jetzt muss halt erstmal alles starten. Man weiß halt nicht, was eigentlich... Man weiß halt nicht, was abgeht und alles. Wie ist das? Wenn man sich in der Kugel befindet, dann muss man sich nicht beantworten. Man weiß halt nicht, was man sich nicht beantwortet. Ich weiß nicht, wie gesagt. Aber ich weiß nicht, dass der Kugel befindet sich nur ein paar Tage vor. Ich hatte auch noch keine Kugel. Boss, was das so騒ge? Ja, der Kugel befindet sich in der Kugel befindet. Wie ist das Kugel befindet? Schatz! Ich bin dem Kugel befindet. Ich bin So, dass der Kugel befindet sich mit dem Kugel befindet. Das ist hier. Das Tätung befindet sich. War ich ganz schön. Das Tätung befindet sich bei der Kugel befindet sich, oder? Woh? Es ist natürlich, aber ich kann nicht mehr so etwas auf die Fläche, aber ich will nicht nur den Weg, sondern nicht nur den Weg. Ich will nicht mehr, sondern ich will nicht mehr in die Fläche. Ich habe mich über die Fläche auf die Fläche zu vermitteln. Ich habe mich über den Weg, um die Fläche zu vermitteln. Ja, ich bin der Rekin-Juzscher Rieser Rieschtaut. Ich habe auch eine Frage gestellt, und ich habe auch eine Frage gestellt. Bitte, bitte, ich habe eine Frage zu ihr. Dann, Rennkind-Jutsch-Dono, ich bin herzlich willkommen! Warte, er rennt wirklich weg! Ich dachte, er geht halt weg, aber er rennt halt einfach. M-m-m-m-m-m-m... Ich muss jetzt die Frage um... ...dass ich... ...dass ich hier ein Ort... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...dass ich dir nicht... ...einfach wieder zurück... Ich glaube, die ganze Story könnte man unterwegs eigentlich wahrscheinlich auch einfach erzählen... Bis mit Unsinn. Katerkrische Yeritoli wa nuki. Dohzo kutsurogi kudasai. Okokorozukei. Arigatgozaimasu. Zennzenn kawanea na. Soriya, wakaku temo machi no代表 o tzometeeru hito da mo. Kouして nolikon de kure no mo,すごい dokiyo da ne. Eh, ano shima ni tsite wa, watakushi mo ikan ni omou tokole de ari ma ste. Mou, mendoksaai. 10秒 mo mota nai no ka. Mou, ii ya. Fedeleika san, o cha siyo. Chirabeteeru kedo, kai ketsu doka, zennzenn medo mo tahtte naish. S-sou na no desu ka. Bっちゃけ sugi daro. Maa, somo toori da kedo yo. Fedeleika san, masu ha o tagai no shimoku o fka neru. To yu teido no hana si kara hajimeません ka? Vakari mašta. Renkinjutsu shi do no ya, varentu shoukai to no o tsuki ahi wa, こちら to shite mo nozom toko lo desu kara. Mou, ii ya. Ii ya. Ii ya. N-nandejo? Sardonican o mazeki toka klas te do na kandhi nao? So... So... Do no yu na imi de no shitsun de shou? Pukiu hani... So... So... Pukiu hani... 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 Pukiu haanju... Pukiu haanjua koku. Pukiu hani... Pukiu hani... ìnepu hani... DeDe Natalie intelligent? Pukiu hani... ruled tako sami wa basi... ngu heavy piques... Pukiu hani... Pukio hani... Pukiu hani... Das ist das, was ich? Wenn ich das, dann kann ich noch mehr... Ich bin heute Morgen wieder zurückgekommen, aber... Ich verstehe! Ich bin mit dabei! Oh, ja... Dann bin ich heute Morgen in der Stadt. Ich bin heute Morgen. Ich bin heute Morgen. Ich will nicht auf den Flügel gehen. Ah, ja. Das ist ein Geheimnis. Aber ich darf nicht hinauf, warum hat denn so ein Ding in der Treppe, in der Tür? Schweinerei. Head to the Hideout-Atelier. Achso, ja. Äh, so? Ne. Was hab ich jetzt gemacht? Achso, Accessibility... Game Manual. Achso, ja, jetzt hat, äh, Return to Base, jetzt hat. Es ist nicht so, dass ich mich für mich verschlecht habe. Ich muss noch nicht mitbekommen, damit ich's schnell zurückgekommen habe. Hey, hey! Ich frage mich, warum hast du mich für mich verschlechtert? Hä? Wir gehen natürlich zusammen, das ist genau so! Das ist doch egal, was wir jetzt sagen. Hmph Was ist das? Was ist das, was ich? Moritz, wenn du hier wieder zurückkommst... Ich bin hier, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich werde jetzt auch gehen. Entschuldigung. Danke schön, Boss. Wir gehen mit uns auf den Spielen! Das war's für heute. Ich bin schon wieder auf die Kuleriya-Parte. Ich bin schon wieder auf die Kuleriya-Parte! Gibt's ein Bild vom zweiten Teil? Boss-kun, wie ist das? Ja, ein bisschen. Genau. Ich habe noch ein Bild vom zweiten Teil gesehen. Ja, natürlich. Ich habe keine Ahnung, keine Zeit. Ich würde da nicht dranhängen. Ach, schön. Melida und Ampel. Ich finde es geil, dass im letzten Teil alle zusammenkommen und ein paar neue dazustoßen. Oh. Warte, was machen wir hier? Rest im Bett? Achso. Ach ja, stimmt, der hat ja auch ein Bett. Ihr müsst stehen bleiben, ich hab nur eins. Sie können sich echt mal gescheit zudecken, Alter. Aber für den Fetzen, was sie da hat, der, wow. Bringt halt überhaupt nichts. Das war noch nicht. Es ist nicht genau, was sie. Aber es ist auch ein Drill. Bis zum Schluss, was es du? I. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Rizer, haben Sie mich nicht auf, was Sie kommen? Ich habe nur noch einen Kuchen gewonnen. Ich habe nur noch einen Kuchen gelegt, oder? Super. Ich werde nicht so lange noch einen Tag wiederkommen. Ich bin schon von meiner Übrigen. Ich bin schon von der Frau und Lumber. Ich bin schon von einem großen Rund. Es ist nicht so, dass du dich umgebracht hast. Es ist ein Spaßes. Ich denke, dass du dich umgebracht hast, wenn du dich zurückkommst. Das war mein Vater. Du hast gesagt, dass du dich umgebracht hast. Du hast dich geholfen, Federica? Nein, das war eine gute Zeit. Ich glaube, es war sehr gut. Natürlich, dass es für mich nicht zu verletzen ist. Ich kann mich nicht nur auf euch verletzen. Ich werde es schnell geben. Ja, bitte. Ich habe es für mich nicht zu verletzen. Ich bin so gut, dass ich das Ding habe. Dann gehen wir! Hey, Riza. Was? Ich bin der Kugel-Ton für die Kugel-Ton. Ich bin der Kugel-Ton. Ich bin der Kugel-Ton, aber ich bin der Kugel-Ton. Wenn du dich so schwer, dann gehen wir alle zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, alle! Ja! Los geht's! Los geht's! Ja! Wird so hirsch-mäßig, ne? Wird so hirsch-mäßig, ne? Weiß sie irgendwas? Hm, hm. 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 No processing. Boah, das ist ja auch nochmal die ganze Region, alter. Ja, stark. Kann ich einfach zurück zum Hideout? Scheinbar. Ich meine, gut, ich kann ja porten, ne? Aber schön, jetzt sind wir in einer neuen Region, dann bedanke ich mich an der Stelle schon mit euch fürs Zuschauen. Ähm. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Atelier Reiser 3. Ähm. Wie viel haben wir schon? Egal. Einfach da. 20, 21. Okay. Ja, macht's gut und Servus. Tschüss. 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 Tschüss.